So hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von GewusstWie. Das wird so ein bisschen eine Zeitkapsel. Das Video kommt nämlich erst nach dem Mustang-Treffen, denn... Spoiler! Das wird nice! Da, pero no son capaces de nada, mantienen diciendo que lo real, y si yo les digo se asustar, estar en la cima normal. Y te me odias porque soy original. Tanto falso que hay en esta humanidad. Yo lo ju entiendo y se porque así están. Es que soy quien es tan high que no tiene ningún rival. So, ich habe jetzt die Dose versucht noch irgendwie leer zu sprühen. Drei Schichten habe ich jetzt drauf. Es ist nicht perfekt geworden. Drei Schichten sind noch viel zu wenig. Aber ich habe wenigstens jetzt alle Streifen dann damit fertig. Und kann dann so zum Mustang-Treffen fahren. Ich hoffe es regnet nicht. Ich werde nicht nochmal eine Waschanlage fahren. Weil es würde wahrscheinlich nicht halten. Ja, Überraschung, Überraschung, wenn ich da ankomme. Weil jeder denkt, es ist nichts drauf. Ja, das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren, falls ihr das ganze hier noch nicht kennt, mein Projekt und verschiedene andere Dinge. Schaut einfach mal rein. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Jebodo pecho frío, se criega en el río, teniendo lo suyo, segriando lo mio. Ahí es donde empiezan todos y todos los líos, porque se comparan cuando el Raleon. Ja. Shebodo de of y jeon. Ja. Un wah. Yo no junto una canción. Ja. Tuve un varsadillo y tengo una par que anda en la colección. Aber sie können nicht mehr sein.